Camp sehr schnell, Quadex instant hinterher und der Laser macht es jetzt gerade auch noch nicht. Aber Sir Hans Raider hat noch nicht viel Shot kassiert und da geht Quadex zum Boden und es ist Gleichstand 8 zu 8. Schaut euch an die ganzen Team, was geht euch aus dem Webstart? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das nächste Holy Battle steht am Quadex gegen Sir Hans Raider. Sie haben nur Colt M1911A17453 auf Factory. Wir haben die Rundenanzahl runtergesetzt auf Best of 25. Mal gucken, die letzten Matches waren auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Gebt mir gerne Feedback in die Kommentare, wie ihr das ganze Format findet. Und jetzt rein in die Highlights. Ja, viel zu schnell unterwegs hier. War ja richtig schwindelig. Nein, Hans. Mit einem blauen Container. Quadex schallert raus, hat glaube ich keinen. Schaden rausbekommen, springt nach unten, Armbleck. Hansardin erwischt. Macht nicht den Batman-Move. Quadex zieht sich zurück, Taschenlampe aus. Power. Wir sehen, wir kurz die Taschenlampe aufblitzen von Hans. Und Quadex das nächste Bein weg. Geht nochmal um die Ecke durchs Set. No way. Quadex damit den ersten Punkt des Abends. Den Peak. Quadex runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob er da eventuell ein bisschen was auf die Beine gezimmert hat bei Quadex. Ist gerade im Untergrund. Taschenlampe an. One by one. Und Hans geht down. Und Quadex hinterher. Da sieht er den Fuß. Und er geht hinterher. Jetzt sucht er dir einen direkten Fight. Oh, ganz schwierige Position jetzt. Man sieht einfach gar nichts. Links. Schön. Close Combat. Beide müssen nachladen. Beide müssen nachladen. Quadex fast gar keinen Schaden gekriegt. Es schießt jetzt an. Weiter in den Rücken. Und der dritte Punkt für Quadex. Und der ganze Fight verlagert sich so ein bisschen. Richtung Gate 0. Da gehen die Shots raus von beiden. Zurückziehen. Nachladen. Wieder einmal rum. Beide sehr close. Ein schöner Trigger von Hans. Boah, die gehen gut auf den Kopf. Beide müssen wieder nachladen. Hans, einer am Leck. Umrund sich hier ein bisschen. Macht das mit. Und der erste Kill für Sir Hans Vader. Jetzt geht er die Rampe hoch. Boah, ich glaube, Hans hat ein richtiges Brett gefresst. Das ist auf jeden Fall Blut an der Wand. Ist das? Ja, lol. Ist er das schon? Da liegt er schon. Wir haben noch die Flashes, ne? Darf man nicht vergessen. Die Flashes wollen klug eingesetzt werden. Boah, und da kommt die Blattung Quadex genau in dem Moment. Aber hat nichts gebracht. Hans schon zwei Shots raus. Quadex mit dem Prefire. Er zieht sich zurück. Hans nutzt die Gunst der Stunde und geht down. What the fuck war das denn? Ah, das ist jetzt eben mit High-Ping. Ich war längst in Deckung. Oh, shit. Und Action. Quadex, kein Schaden genommen. Aber gut, Schaden kassiert. Äh, gegeben, meine ich. Und der kriegt den Kill nicht. Schade, sah erst so gut aus, aber Sir Hans Vader kann sich da durchsetzen. Das ist halt richtig wild, Alter. Ich muss kurz nachladen. Ja, gut. Quadex. Quadex draußen. Und da gucken wir in die Taschenlampe. Sir, weiterher. Heavy bleeding. Zwei Beine Black. Muss ich zurückziehen. Quadex, straight hinterher. Wie verfehle ich sowas? Was? Boah, richtig gut gemacht eigentlich bis dahin. Wartet, wartet an der Treppe. Wartet an der Treppe. Quadex müsste auch massiv Schaden kassiert haben. Heavy bleed. Quadex packt das Mad-Kit aus. Boah, der ist schnell gemacht von Sir Hans Vader. In der Situation. Nice. Flashlight geht an. Contact in drei. Zwei, eins. Da kommt Hans. Luke da einmal hinter der Kiste hervor. Quadex, kein Schaden. Bekommen. Da ist aber Blut an der Wand. Quadex selber hat seinen Arm Black. Geht hinterher. Links-Rechts-Kombo. Nimmt die Verfolgung auf. Hans runtergegangen. Und wieder hoch. Oh, schönes Pre-Fire. Instant wieder zurückziehen. Bein weg. Lebt nach. Push wieder hoch. Hat jetzt die Möglichkeit, hier Hans zu legen. Der legt ihn aber nicht. Hans, Beine laden nach. Sind hier Klaus an Klaus. Und immer noch nicht. Wir müssen es auch mal nachladen. Quadex, drei Sachen Black. Jetzt vorher noch mal. Oh, fuck. Er wird den Fight. Ja, so wird es schon umarmen. Das ist eher semi-gut. Und Quadex hat hier richtig Bock. Geht richtig aggressiv vor. Jetzt hier die Chance für Hans. Quadex muss nachladen. Hans nimmt Fahrt auf. Er schafft es leider nicht. Geht wieder hier im Kreis. Katze-und-Maus-Spiel geht wieder los. Quadex knallt raus. Hans wartet ab. Beide Magazine leer. Hans jetzt mit dem Heavy-Bleaning. Alles ins Gesicht. Und er kann sich nicht durchsetzen. Der nächste Punkt für Quadex. Geißer. Geht nach. Kommt Hans da jetzt dran. Oh, da ist Hans dran. Eins gegen eins hier. Quadex. Quadex. Arm verloren. Und geht direkt rein. Direkt in die Überarmung. Beide müssen wieder nachladen. Hat da was auf den Kopf gekriegt. Der Helm hat gut getankt. Dreht sich wieder um. Dreht sich nicht um. Geht nach oben. Dreht sich doch um. Und pusht. In der Zeit Hans wieder nachgeladen. Und muss noch mal nachladen. Heavy-Bleaning jetzt mittlerweile. Komplett schwindelig gespielt. Man sieht hier einfach gar nichts mehr. Nee, nee. Snap verloren. Und Hans lebt immer noch. Stopp Kartoffel. Stopp Kartoffel. Und da ist noch ein Scam von hinten. Kein volles Magazin. Knallt raus. Geht nicht durch. Aber auch von Hans nicht. Oh mein Gott. Wie lange soll die Sankweiser werden? Und das war Hans. Der Kill für Quadex. Quadex ist glaube ich rausgelaufen. Ist da in der Tür. Und jetzt Hans hinterher. Geht nochmal rum. Trifft auf Quadex. Da ist wieder die Umarmung des Todes. Drei Sachen Black. Alles ins Faceshield. Und das geht auch mit dem Laser. Da kann er diesmal schaffen. Quadex geht zu Boden. Heavy bleeding. Zwei arme Black. Beide müssen wieder nachladen. Und Quadex wieder in den Rücken. Und oh Hans glaube ich massiv Schaden kassiert. Muss ja aufpassen. Und nochmal ins Faceshield. Aber Quadex geht down. Das wäre ein cooler Gang. Für mich. Wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre es jetzt gewesen. Super schneller Trigger. Aber Hans auch sehr schlau. Was er da versuchen will. Ist ja halt einfach komplett in die Enge getrieben. Boah der sah echt gut aus. Und da geht Quadex down. Geht über die Office Area. Und da ist Hans. Hashtellampe geht an. Hat ihm Schaden reingedrückt. Auf jeden Fall. Quadex hat das Duell gerade hier gut überstanden. Und da muss noch ein Scaf dran glauben. Beim Bruch. Quadex super flott hier hinterher. Wieder beim Black. Just den Splint. Und da ist Hans. Versuchst aus dem Hipfire. Ohne Laser. Nur mit der Taschenlampe. Heavy bleeding. Arm wieder weg. Knallt alles raus. Lädt nochmal nach. Versuch dir die Distanz zu verringern. Überall klebt die Blut an den Wänden. Hans müsste auch gut angeschlagen sein. Und da kommt der letzte Shot. Und Quadex geht zum Boden. Und da ist er. Oh, da gehen die Shots raus. Arm Black. Muss nachladen. Camp sehr schnell. Quadex instant hinterher. Und der Laser macht es jetzt gerade auch noch nicht. Aber Sir Hans Vader hat noch nicht viel Shot kassiert. Und da geht Quadex zum Boden. Und es ist Gleichstand. 8 zu 8. Da ist der Peak bei Hans. Quadex Arm ist schon mal weg. Uh. Gut ausgewichen. Hans hat auf jeden Fall Schaden kassiert. Das ist da auf der Treppe. Quadex knallt raus. Hier ganzer Körper rot. Muss sich nochmal zurückziehen. Den lädt nochmal nach. Droppt Quadex. Äh. Hans vielleicht durchs Loch. Hat ganz den Anschein. Geht wieder runter. Kurz den. Thorax gehealt. Die gibt sich jetzt in der Position natürlich komplett in die Sackgasse. Geht auch da instant wieder raus. Da hören wir die Fliesen. Und da ist der Kontakt. Und Quadex geht zu Boden. Also beim einen bin ich garantiert tot. Und da ist Quadex. Und da bin ich eventuell tot. Jump dran vorbei. Hans. Gut die Shots rausgeknallt. Geht jetzt hier closed. Quadex muss nachladen. Beide Beine weg. Und mit dem Laser direkt alles ins Face Shield. Paschenlampe an. Zieht da um die Ecke. Geht ganz nah an Hans Vader ran. Damit er seinen Laservorteil nicht ausspielen kann. Heavy Bleeding. Zwei Arme Black. Hier in der Umarmung. Und geht zu Boden. Er kriegt es nicht durch. Da geht Sir Hans Vader rum. Und ich glaube Quadex einiges kassiert hier. Die Shots sahen sehr gut aus. Und da geht Hans down. Da kriegt Quadex doch noch was durch. Er knallt ein ganzes Magazin raus. Lebt nochmal nach. Zieht sich zurück. Geht wieder vor. Hans hinter dem Pfeiler. Der Helm taggt den Handschut. Aber dafür hat er nach verloren. Geht jetzt aggressiv. Sehr close. Beide müssen nachladen. Nächstes Bein weg. Ist jetzt hinter Hans. Schießt alles rein. Und kann sich nicht durchsetzen. Hat einen schönen Peak. Durch die Kisten. Hat bisher noch keinen Schaden bekommen. Schönes Position-Spiel. Da kommt Quadex. Und das war's. Sir Hans Vader zieht ins Viertelfinale ein. GG's. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020